Angesprochen auf die jüngste Kritik aus der Volksrepublik China zur geplanten Lieferung von US-Militärhilfe im Wert von 619 Millionen US-Dollar an die Republik China auf Taiwan erwiderte einer der beiden Pentagon-Sprecher, Brigadegeneral der Luftwaffe Patrick Seiterüder, auf seiner Pressekonferenz am 2. März im Pentagon. Diese Woche hat die Defense Security Cooperation Agency den Kongress über den geplanten Verkauf von Munition und der dazugehörigen Ausrüstung für F-16 an das Taipei Economic and Cultural Repräsentative Office informiert. Die Defense Security Cooperation Agency gehört zum Geschäftsbereich des US-Verteidigungsministeriums und ist zuständig für finanzielle und technische Militärhilfe für Verbündete und Partner der Vereinigten Staaten. Am Tag zuvor gab die DSCA bekannt, dass das Startedepartement die Militärhilfe für Taiwans Kampfflugzeuge vom Typ F-16A-B, Fiekting Falcon, im Rahmen des vorreigen Militärisale-Programms, FMS, regierungsseitig genehmigt hat. Das Taipei Economic and Cultural Repräsentative Office, TECRO, in den USA hatte darum gebeten, 100 Harm-Raketen, High-Speed-Antiradiation-Missiles vom Typ AGM-88B, 23 Harmübungsraketen, 200 Amram-Raketen, Advancet-Medium-Range R2R-Missiles vom Typ AIM-120C8, 4 Amram-Steuerungssysteme und 26 Raketen-Rail-Lounger für Jeats vom Typ LAU-129 erwerben zu können. Außerdem gehören zu dem Paket unter anderem Raketen-Rail-Lounger vom Typ LAU-118A mit Aircraft-Lounger-Interface-Computer, ALIC, Harm-Raketenbehälter, Kontrollsysteme und Behälter für AIM-120, AIM-120C, Kaptive Air-Training-Missiles, CATM, Dami Air-Training-Missiles, DATM, Integrations- und Testunterstützungsausrüstung, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial, eingestufte Software und technische Dokumentationen. Die Hauptauftragnehmer werden Riteon Missiles Ant-Defense aus Tucson-Arizona und die Lockheed Martin Corporation aus Bethesda-Maryland sein. Der beantragte Verkauf, so die DSCA, wird zur Fähigkeit des Empfängers beitragen, die Verteidigung seines Luftraums und die regionale Sicherheit zu gewährleisten, sowie auch zur Interoperabilität mit den Vereinigten Staaten beitragen. Allein am 28. Februar und am 1. März waren mehr als drei Dutzend Militärflugzeuge der Volksbefreiungsarmee in Taiwans Luftüberwachungszone, Adiz, eingedrungen, wie das Verteidigungsministerium in Taipei berichtet. Die amerikanische Taiwan-Politik basiert seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Volksrepublik China auf dem Taiwan-Relationsakt von 1979. Dieses Gesetz bestimmt, Taiwan mit waffendefensiven Charakters zu versorgen. Außerdem bewahrten die USA die Fähigkeit, jeder Gewaltanwendung, welche die Sicherheit oder das gesellschaftliche oder wirtschaftliche System des Volkes von Taiwan gefährden könnten, zu widerstehen. Diese indirekte und unilaterale US-Beistandsgarantie ist umso bedeutender geworden, seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichefs Xi Jinping auf dem Festland im Jahre 2012. Seitdem droht das kommunistische China immer unverhohlener mit einer gewaltsamen, Wiedervereinigung.